Oh boy, ich sag's dir, da ist mir mal eine Woche nicht da und kann eine Woche nicht aufnehmen und genau dann geht's ab. Hallo Halli, ihr merkt schon, heute ist es ein bisschen anders als sonst, wegen dem, wisst ihr, das war jetzt anders oder mal ist Halli, hallo. Ich dachte, ich könnte jetzt gechillt zwei Wochen mal daheim verbringen und dann bin ich fünf Tage weg, nicht mal und in der D&D-Welt geht der Shit ab. In diesem Podcast gibt's keinen Chill, Marie, es gibt keinen Chill, nee, wir kommen gleich zur Sache, das ist ein bisschen eine Sonderfolge, Bonusfolge, Newsfolge, wir wissen noch nicht genau, wie wir es nennen, die schmeißen wir mal zwischendurch rein, weil wir euch ein bisschen informieren wollen über die Sachen, die aktuell so los sind in der D&D-Welt. Und wir wissen, dass ja nicht alle das online so sehr verfolgt wie wir. Wenn euch das Format hier gefällt, machen wir sowas zukünftig vielleicht öfter, aber dieses Thema war uns jetzt mal besonders wichtig. Ja, ich möchte kurz vorab was sagen, man hört es mir vielleicht an, ich bin ein bisschen heißer, meine Nase ist ein bisschen zu. Ich war jetzt fünf Tage mit kleinen Kindern im Lager, meine Stimme ist quasi weg, weil man mit denen sehr viel schimpfen muss. Ja, Marie ist im Kreis Jugendring aktiv und nächste Woche ist sie wieder weg, sie ist jetzt nur gerade auf dem Sprung, zwei Stunden da und wir haben uns gedacht, wir nutzen die Zeit. Yes. Genau. So, was wurde angekündigt? Es gab einen großen Stream und einen Trailer vorgestern, gestern, vor ein, zwei Tagen, wo darüber gesprochen wurde, wie es weitergehen soll mit D&D, mit der fünften Edition und mit dem, was nach der fünften Edition ansteht. Ich fange mal mit dem, wie sagt man, dem Eisriesen im Raum an, nämlich One D&D. One D&D ist der Name der nächsten Iteration von Dungeons & Dragons und sie haben es bewusst nicht als neue Edition bezeichnet bisher, sondern als Weiterentwicklung vom D&D-Konzept als Ganzen. Ich denke, am Ende des Tages läuft es schon mehr oder weniger darauf raus, dass wir komplett neue Grundregelwerke bekommen, aber es klang so und klingt so von dem her, was wir bis jetzt bekommen haben, dass sehr viele der Regeln mehr oder weniger identisch bleiben und nur an vielen Stellen gedreht und geändert wird. One D&D wurde ganz oft betont, soll drei große Stützpfeiler haben. Das eine ist das abwärts kompatible Update der D&D-Regeln, das heißt, es kommen neue D&D-Regeln raus, aber alle Abenteuer aus der fünften Edition, die wir jetzt schon haben, soll man trotzdem noch mit den One D&D-Regeln dann spielen können. Das heißt, wenn ihr gerade schon ein fluchtes Stratbuch zu Hause habt, das ihr euch gekauft habt, wo ihr noch nicht zum Spielen gekommen seid, ihr könnt ruhig warten, mit One D&D wird das Ganze trotzdem noch funktionieren. Der zweite Stützpfeiler ist D&D-Beyond, das digitales Toolset, soll weiterentwickelt werden. D&D-Beyond ist ja das digitale Datenkongregat der Wizards of the Coast. Boah, das habe ich jetzt gerade blöd ausgedrückt. Er versteht schon. Also ich meine, man versteht so ein Fünftel der Wörter, die du sagst, ganz oft nicht, weil du mit so Fachbegriffen um dich schmeißt, aber so im Kontext, check mal, was du meinst. Ja, im Endeffekt kann man seine D&D-Bücher und sein D&D-Content auf D&D-Beyond in digitaler Form haben, verwalten und mit seinen Spielern teilen. Und das Ganze soll weiterentwickelt werden und stärker eingebunden werden in One D&D. Also das ist so eine Sache, ich denke nicht, dass das jetzt irgendwie notwendig sein wird. Man wird wahrscheinlich nach wie vor einfach am Tisch mit Büchern spielen können, wenn man will. Aber es ist schon so, dass Wizards jetzt wohl auch festgestellt hat, dass in den letzten Jahren viel, viel mehr Leute als früher Online-D&D spielen, kam natürlich auch wegen der Pandemie. Und nach der Pandemie ist es immer noch so, dass Online-D&D einfach beliebter ist als je zuvor und deswegen wollen sie das Ganze mehr unterstützen. Und da kommt der dritte Stützpfeiler rein, der noch in der frühesten Entwicklungsphase dieser drei Dinge ist, nämlich D&D Digital, auch Digital D&D Play Experience. Und zwar ein eigenes virtuelles Tabletop von Wizards of the Coast, wohl als Konkurrenzprodukt zu den bisher großen etablierten Roll20, Foundry, Old Bear Rodeo und so weiter. Da bin ich sehr gespannt, wie sie es machen, weil finanziell gesehen muss man ja dann schon abwägen, spiele ich lieber mit den Tools, die es jetzt schon gibt? Oder lohnt es sich für mich, mir das Offizielle von Wizards zu holen? Und ich finde bisher war es ja so, dass auch dieses ganze D&D Beyond und so, dass du dir mal alles doppelt kaufen musstest, immer sehr teuer verschrieben ist. Ja, also es ist zum Beispiel so, ich meine, es ist wahrscheinlich kein großes Geheimnis, Maria und ich machen einen D&D Podcast, wir kaufen alle D&D Bücher. Bei uns stehen inzwischen bestimmt, also 1000 Euro wird nicht reichen, was da an D&D Büchern im Regal steht. Ja, und auch an den Minifiguren und so, das ist ja lauter offizielles Zeug. Ja, aber jetzt kommt der springende Punkt, das war bisher nämlich so, wenn du das ganze Material in D&D Beyond haben möchtest, dann musst du es nochmal kaufen. Und wenn du da so ein All-In-Bundle gerne hättest, wie es wir gerne hätten, weil wir halt super D&D-Fans sind, dann legst du da irgendwie 800 Euro hin. Und wenn du Glück hast, ist gerade irgendwie ein Rabatt oder so, dann kriegst du es für 500. Und ganz ehrlich, das ist einfach ein Problem gewesen bisher. Und ich glaube, dass dieses Problem auch nicht ganz abgeschafft wird. Das ist auch der Grund dafür, warum wir in unseren privaten Spielen D&D Beyond nicht viel benutzen, weil wir es nicht einsehen, das ganze Material digital nochmal zu kaufen. Genau, und ich finde, das ist immer der enttäuschendste Moment überhaupt, wenn du auf Instagram bist. Ich schaue mir super gerne die D&D Instagram-Seite an, weil die da auch immer die Sachen natürlich ankündigen. Und ich weiß nicht, wie viele Links ich dem Aaron schon geschickt habe von dieser Instagram-Seite. Und dann siehst du, dass sie gerade einen großen Rabatt haben für die Bücher und dann fällt dir auf, oh, ist nur D&D Beyond alles online. Ja, und sie wollen jetzt mehr beziehungsweise vermehrt oder für alle zukünftigen Releases, so ganz ist das noch nicht klar, Bundles anbieten, wo man das Buch in physischer Form plus digital bekommt für einen Aufpreis von 10 bis 15 Dollar. Ich meine, es ist besser, wie es quasi nochmal komplett zu zahlen. Und ich denke, man muss sich ein bisschen anschauen, wie das Ganze wirklich umgesetzt wird. Also, was sich bei D&D Beyond tut, was sich mit der Digital D&D Play Experience tut. Und vor allem, ob man selber viel digital spielt. Also, wir spielen hauptsächlich offline, deswegen war es für uns bisher nicht so relevant. Aber wenn das gut aussieht, glaube ich, dann wird es mehr und mehr attraktiv, sich dann die digitalen Versionen des Buchs gleich mitzuholen auf D&D Beyond. Okay, jetzt kommen wir mal zu One D&D selber. Genau, weil das ist der spannendste Teil eigentlich. Genau. Ich war jetzt die letzte Woche sehr wenig online, ich habe nur eine kurze Zusammenfassung mal in seinem Discord gelesen. Und wenn ich es richtig gesehen habe, dann ändert sich ja schon einiges im Spiel. Ja. Also erstmal, One D&D, das Update der D&D-Regeln, soll voraussichtlich 2024 released werden. Inklusive in der Neufassung der Grundregelwerke, also Spielerhandbuch, Spielleiterhandbuch, Monsterhandbuch. Und bis dahin wird Playtest-Material veröffentlicht. Wieder unter dem Decknamen Unearthed Arcana, kennen wir schon. Und es ist ganz, ganz wichtig, da bitten sie sehr explizit darum, Feedback zu geben. Das wird ab September möglich sein. Und auch hier direkt an euch, schaut euch das Ganze an und wenn ihr Feedback habt, schickt Swizzards, weil jetzt aktuell ist ihnen das Feedback am wichtigsten. Und ich bin mir sicher, da schauen sie auch drauf. Sie haben den ersten Teil des Playtest-Materials schon released und da kriegen wir schon so einen leichten Ausblick drauf, was sich an den Regeln tut. Und was wir da bis jetzt haben, ist ein 21-seitiges Dokument, wo es hauptsächlich drüber geht, was sich an der Charaktererstellung und an den Charakteroptionen tut. Natürlich auch noch nicht alles, aber vieles. Ich möchte euch hier mal einen ganz kurzen Überblick über das geben, was wir schon wissen. Zukünftig wird es so funktionieren, wenn man sich einen Charakter baut, sucht man sich drei Sachen aus. Ein Volk, ein Hintergrund und eine zusätzliche Sprache. Die spannendste Sache ist erstmal, das Volk selber wird zukünftig keinen Attributbonus mehr geben. Also diese Plus-Zwei-Plus-Eins-Boni, die ursprünglich im Spielerhandbuch drin standen, wo sie dann mit Tashas gesagt haben, die werden optional. Die sind zukünftig nicht mehr mit dem Volk verbunden, sondern mit dem gewählten Hintergrund. Oh. Und bei den Hintergründen ist es jetzt noch mehr so, wie sie es im Spielerhandbuch eigentlich schon gedacht hatten, aber das wird von den Spielern mehr oder weniger nicht genutzt. Und zwar ist die Idee jetzt eigentlich eher, du sollst dir selber einen Hintergrund ausdenken. Aha. Du suchst dir selber deine Attributsboni aus, du suchst dir selber Geübtheiten aus und du suchst dir selber noch eine zusätzliche Sprache aus. Und das war's. Und die vorgefertigten Hintergründe, die werden nur noch als Beispiele drinstehen. Und vermutlich wird es dann auch nicht mehr so viele geben, wie wir jetzt schon offiziell haben. Also es geht wirklich darum, du baust dir das alles selber aus und damit sind wir eigentlich da, wo Tasha angesetzt hat. Tasha hat gesagt, such dir deine Attributswertsteigerungen selber aus und das neue System macht das Ganze im Endeffekt identisch. Die Idee ist halt, dass du dir was aussuchst, was ein bisschen mit deinem Hintergrund synergiert. Und finde ich sehr interessant, weil ich es echt gut finde, dass sie mehr Wert auf Hintergründe liegen und aufs Hintergrund schreiben. Weil ich finde, es gibt da so drei Arten von Spielern. Die einen Spieler, die sich vielleicht so was Cooles ausdenken, das in ein paar Sätze zusammenschreiben und fertig. Ich glaube, das sind vielen DMs die liebsten. Dann gibt es die, die fast gar keinen Hintergrund haben. Und dann gibt es die, die da so fünf Seiten hinballern. Und ich glaube, für die Ersten und für die Letzteren fühlt es sich dann fast schon so ein bisschen wertschätzend an, wenn mehr Wert auf das Hintergrund schreiben gelegt wird. Ja, ich finde das an sich auch eine gute Änderung. Was sie auch geändert haben, ist, wie die Halbvölker funktionieren. Also zum Beispiel Halb-Elfen, Halb-Orks etc. Aktuell sieht es so aus, als wollen sie die nicht mehr in den Regeln repräsentieren. Sondern es wird so sein, du kannst dir frei aussuchen, von welchem Volk deine Eltern sind. Also du kannst sagen, ich bin Halb-Elf, Halb-Mensch. Aber du musst dir für deinen Charakter dann die Statistiken von einer der beiden Rassen aussuchen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Halb-Elf bin, dann habe ich trotzdem entweder die Menschen-Statistiken oder die Elfen-Statistiken. Das tut mir ein bisschen weh als liebender Halb-Elf-Spieler. Ja, und da kommen wir schon zu einem ganz spannenden Punkt. Wenn man jetzt einen Halb-Ork spielt, es gibt zurzeit ja keine Ork-Rasse. Und die haben sie jetzt eingeführt. Orks werden spielbar sein in One D&D. Das bedeutet aber, dass sie sehr viel schwächer gemacht werden müssen, oder? Nein, also Orks waren deswegen hauptsächlich nicht spielbar in der fünften Edition, weil sie als überwiegend böse beschrieben wurden. Und da hieß es, Grumsch, der Gott, der eben quasi immer im Hinterkopf sitzt, hat sie mehr oder weniger dazu angetrieben, ständig auf Blut und Kampf und Gewalt auszusein. Und das haben sie ein bisschen umgeschrieben in den One D&D-Regeln. Da heißt es eher, Grumsch treibt die Orks an, nach heroischen Taten zu suchen, um ihren Ahnen gericht zu werden. Okay. Haben das quasi mit einem Augenzwinger ein bisschen abgeschwächt. Und das, finde ich, an sich ist natürlich schon ein Eingriff in die Lore und ein bisschen eine Änderung. Es gab einen sehr, sehr langen Stream von Jeremy Crawford, einer der führenden Game Designer bei Wizards. Und der meinte, ihr Ziel mit One D&D ist diesmal ein anderes als sonst. Sie haben bisher immer gesagt, wir wollen die Lore ändern und das Spiel ändern, so wie wir es für besser halten. Mit One D&D ist ihre Idee, sie wollen die Spielregeln anpassen daran, wie es Spieler ohnehin schon spielen. Und sie haben halt festgestellt, sehr viele Leute homebrewen Orks ohnehin. Viele Leute wollen Orks spielen etc. Und das werden wir später aussehen. Wir können mal ganz kurz über die anderen Völker reden. Also sie haben uns schon ein bisschen Infos darüber gegeben, wie sich die Rassen ändern, die im Spielerhandbuch schon drinstehen. Das Erste sind die Menschen. Ich erwähne jetzt übrigens nur die Sachen, die anders sind. Also was ungefähr gleich bleibt, ist nicht so relevant. Besonders spannend ist die neue Fähigkeit von ihnen Resourceful. Da heißt es, Menschen bekommen immer, wenn sie eine lange Rast hinter sich haben, einen Punkt Inspiration. Wenn wir schon gerade die Inspiration anschneiden, das mit der Inspiration endet sich ja auch massiv, oder? Genau. Sie scheinen mehr Wert zu legen auf Inspiration in One D&D. Bisher war es ja so, Inspiration kann der DM an Spieler verteilen, wenn er es gerechtfertigt findet. Meistens für gutes Rollenspiel oder für coole Aktionen etc. Die Wahrheit ist aber, Inspiration ist eine Sache, die wurde von vielen DMs einfach ignoriert, beziehungsweise nicht stark genutzt. Und das fanden sie ein bisschen schade. Und deswegen wollen sie es aktiver in die Regeln einbinden. Und im Klartext heißt es, jedes Mal, wenn man eine 20 rollt, bekommt man einen Inspirationspunkt. Es ist natürlich so, wenn man selber ein DM ist, der viel Inspiration für gutes Rollenspiel herausgegeben hat, greift es vielleicht in den Spielfluss ein. Wobei ich sagen muss, ich finde es jetzt nicht so störend. Das ist nach wie vor so, man kann nur einen einzigen Inspirationspunkt haben. Das heißt, man kann die jetzt nicht ewig ansammeln. Aber Inspiration hält immer nur für einen Tag. Und man kann Inspiration jetzt auch weitergeben. Das heißt, du kannst auch andere Leute inspirieren. Ah, das ist cool. Genau. Das macht auch voll Sinn. Das heißt, man muss sich ja vorstellen, ich stelle mir Inspiration nur so vor wie intrinsische Motivation. So, ich habe was erreicht, das mich so antreibt und bestärkt in dem, was ich tue. Und wenn man das weitergibt, indem man andere Leute mit dieser Motivation ansteckt, das fällig macht Sinn. Ja, genau. Und es wird so sein, Menschen bekommen einmal pro Tag einen kostenlosen Inspirationspunkt. Und man bekommt automatisch einen Inspirationspunkt jedes Mal, wenn man eine 20 rollt. Und es wurde außerdem ein komplett neues Volk eingeführt, die Adlinge. Adlinge sollen wohl parallel zu den Tieflingen sein. Aha. Da kommen wir gleich dazu, weil es gibt ja eigentlich schon sowas ähnliches, nämlich die Asima. Die Adlinge und die Asima haben gewisse Überschneidungen. Die Adlinge sind jedenfalls übernatürliche Wesen, die irgendwie entweder von den höheren Ebenen stammen oder Vorfahren auf den höheren Ebenen haben. Und im Endeffekt sind sie quasi mit der Magie der höheren Ebenen durchzogen. Und sie haben alle gewisse magische Fertigkeiten. Und das Besondere ist, alle von denen haben Tierköpfe. Aufgeteilt werden sie in drei verschiedene Untervölker. Die genauen deutschen Übersetzungen sind noch nicht klar. Also weil wir das Plematische Arealbesitzung auf Englisch haben, da nennen sie einmal die Exalted Adlings, Heavenly Adlings und Idyllic Adlings. Adlinge sollen wohl entweder klein oder mittelgroß sein, werden bis zu 200 Jahre alt. Und das Besondere ist, sie können als Bonusaktion spektrale Flügel wachsen lassen und sich dann so viele Fuß bewegen, wie sie Bewegungsgeschwindigkeit haben. Mega cool. Wenn sie diese Bewegung dann in der Luft beenden, dann fallen sie runter. Mega cool. Das können sie so oft machen, wie sie Übungsbonus haben und am Ende jeder langen Rast bekommen sie die Fähigkeit wieder zurück. Außerdem, je nachdem welche Art von Adling du nimmst, lernst du automatisch Zauber auf verschiedenen Leveln. Also du bekommst einen Zauber auf Level 1, auf Level 3 und auf Level 5, den du dann durch deine himmlische Herkunft kostenlos zaubern kannst einmal pro Tag. Und sie haben alle Resistenz gegen Strahlenschaden. Macht auch Sinn. Am besten schaut ihr selber mal in dieses Dokument rein, dann seht ihr die ganzen Änderungen nicht. Ich schneide sie nur noch an. Also die Drachenblütigen bleiben relativ gleich, da hat sich die Odem-Waffe ein bisschen verändert. Wo sich relativ viel ändert, ist bei den Zwergen. Die haben jetzt eine neue Fertigkeit, die heißt Forge Vice. Das heißt, dadurch, dass sie mit dem Zwergenpantheon verbunden sind, bekommen sie automatisch Geübtheit in bestimmten Werkzeugen. Also typische Zwergenwerkzeuge, also Schmiedewerkzeuge oder Steinmetzwerkzeuge etc. Und ihr Stonecunning Feature ändert sich. Damit können sie als Bonusaktion eingeschränkten Erschütterungssinn bekommen. Das heißt, sie können quasi Erschütterungen im Boden spüren. Wie so Elefanten. Genau. Jeremy Crawford hat im Stream gesagt, dass ihre Idee ist, dass Völker allgemein mehr aktive Fähigkeiten bekommen sollen. Bei Tieflingen wird es so sein, dass Tieflinge sich zukünftig eine Herkunft aussuchen. Das heißt, entweder infernal, abyssal oder chitonic. Was es damit auf sich hat, wissen wir noch nicht so genau. Und je nachdem kriegen sie unterschiedliche Resistenzen. Also gegen Feuer, Gift oder nekrotischen Schaden. Außerdem unterschiedliche Zauber und unterschiedliches Aussehen. Genau. Wir wollen es noch nicht so genau vorstellen. Also auch zu den Orks möchte ich jetzt noch nicht so viel sagen. Weil da es Playtest-Content ist, kann es sein, dass sich das alles noch zwei, drei, viermal ändert. Und dann müssen wir es viermal vorstellen. Wir warten lieber, bis es einigermaßen fest ist, bevor wir da mehr drüber reden. Was sie auch komplett ändern wollen, ist, wie kritische Würfe funktionieren. Und zwar ist es ja bisher so, wenn du angreifst und du erzielst einen kritischen Treffer, das heißt, du würfelst einen 20 auf deinem 20-seitigen Würfel, dann darfst du alle deine Schadenswürfel zweimal rollen. Zukünftig ist es so, dass nur noch unbewaffnete Angriffe oder Angriffe mit einer Waffe in den kritischen Treffer erzielen können. Und dann darf man die Schadenswürfel der Waffe zweimal werfen. So, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Paladin bin und einen kritischen Treffer erziele mit einem Smite, dann darf ich trotzdem nur den Schaden meiner Waffe doppelt rollen und der Schaden meines Smites verdoppelt sich nicht. Und, noch viel relevanter, Zauberangriffe können keine kritischen Treffer mehr erzielen. Und die Idee dahinter ist, dass sehr bemängelt wurde an der fünften Edition, dass die magiekundigen Klassen den nicht magiekundigen Klassen deutlich überlegen sind. Und das ist wohl eine der Möglichkeiten, die sie sich jetzt angesehen haben, um das Ganze ein bisschen mehr zu balancen. Ja. Was sie ebenfalls ändern wollen, ist, dass nur noch Spieler kritische Treffer erzielen können und NPCs und Monster nicht mehr. Das macht natürlich Monster schon nochmal ein bisschen schwächer. Ja, wobei wir natürlich auch dazu sagen müssen, wir haben noch keine Monster mit den neuen Regeln gesehen. Und Farrah McCrawford meinte, ihre Idee, das zu balancen, ist den Monstern mehr Recharge-Fertigkeiten zu geben. Also sowas ähnliches wie der Drachenodem bei dem Drachen, wo du würfeln musst, ob sie in diesem Zug zur Verfügung stehen, etc. Wogegen sie damit vorgehen, ist, dass Spieler auf Level 1 von einem Goblin gekritet werden können und dann sofort tot sind. Es ist bisher nämlich eigentlich sowas, ein bisschen gegen die eigentliche Spielerintuition ist, dass das gefährlichste Level in D&D Level 1 ist. Weil auf Level 1 ein kritischer Treffer reicht und du bist tot. Und eigentlich sollte es ja eher andersrum sein, dass umso höher das Level ist, umso größer die Gefahr für die Spieler ist. Also damit mal den Zauberer ausgenommen, weil für den Zauberer sind Level 1 bis ungefähr 50 gefährlichste Level. Ja. Und was zurückkommt, was wir in unseren Zauberfolgen damals, glaube ich, schon angesprochen haben, ist die dritte Klassifizierung von Magie. Die Zauberer werden jetzt einer von drei Arten zugeordnet. Arcane, Divine oder Primal. Also Arcan, göttlich oder urtümlich. Diese Klassifizierung, die gab es in weiteren D&D-Editionen schon und die kehrt jetzt zurück. Und es wird wohl nicht so sein, dass es dann heißt, wenn du Druide bist, dann lernst du jetzt nur urtümliche Zauber. Und wenn du Kleriker bist, dann lernst du jetzt nur die göttlichen Zauber. Sondern es heißt, dass einfach alle Klassen anders mit diesen Listen interagieren. Was genau das heißt, keine Ahnung. Wisst man nicht. Wisst man nicht. Aber ja. Außerdem, viele der Talente wurden umgeschrieben. Alle Talente haben jetzt ein Level. Das heißt, man kann ein Talent nur noch nehmen, wenn man mindestens das entsprechende Level dieses Talents hat. Also es wird zum Beispiel Level 4 Talente geben. Die kann ich erst nehmen, wenn ich mindestens Level 4 habe. Und manche Talente können auch mehrfach genommen werden. Ein Beispiel ist das Skilled-Talent. Die genaue Übersetzung wissen wir noch nicht, aber wahrscheinlich irgendwie sowas wie geübt. Das kann ich mehrmals nehmen. Und jedes Mal, wenn ich es nehme, darf ich drei Geübtheiten mehr aussuchen. Und die bekomme ich. Und das heißt, wenn ich mir dieses Talent dreimal nehme, dann kann ich insgesamt neun Geübtheiten lernen. Es wird neue Zustände geben. Also zusätzlich zu denen, die wir schon haben. Wie am Boden liegend, vergiftet etc. Der eine neue, den wir schon kennen, ist verlangsamt. Spricht relativ für sich selber. Du kannst dich nur noch halb so viel bewegen. Und bist weniger gut geeignet für den Kampf. Die Ringenregeln werden etwas verändert. Also früher war es ja so, du musstest dann einen Athletik- oder Akrobatik-Check machen, um dich aus dem Griff zu befreien. Jetzt wird es ein Rettungswurf sein. Das hat natürlich große Auswirkungen auf manche Charaktere. Und was uns sonst noch aufgefallen ist, sie haben am Ende so eine Liste aller Zauber aufgestellt, wo sie gesagt haben, diese Zauber sind Arcane-Zauber, diese Zauber sind göttlich, die sind urtümlich. Da tauchen alle Zauber des Spielerhandbuchs auf, mit Ausnahme von Eldritch Blast bzw. dem schaurigen Strahl. Gebt mir mal den schaurigen Strahl. Ich vermute, dass es so sein wird, dass der Eldritch Blast nicht aus dem Spiel verschwindet, sondern dass er eine Hexenmeister-Klassenfertigkeit oder sowas wird. Okay. Wie sie das genau umsetzen, müssen wir noch sehen. Aber das ist erstmal alles, was wir wissen. Und es haben sich schon viele Sachen geändert bei den Regeln. Und ich muss sagen, ich bin größtenteils optimistisch. Es gibt online schon ein bisschen Kontroversen über bestimmte Sachen. Was sie zum Beispiel geschrieben haben, ist, dass sie es jetzt so sehen, wenn man auf eine beliebige D20-Probe eine 20 würfelt, dann funktioniert sie automatisch. Wenn man eine 1 würfelt, schlägt sie automatisch fehl. Und online sagen dann Leute, dann kann ich ja versuchen, bis zum Mond zu springen. Und wenn ich eine 20 würfel, dann klappt es. 5% Chance, egal was ich probiere, es klappt. Und andersrum ist es natürlich so, wenn ich jetzt ein super mächtiger Krieger-Org bin, dann kann es fehlschlagen, dass sich eine Papptür eintritt, weil ich habe Pech gehabt. Meine Meinung ist da mittelmäßig komplex. Ich vertrete nämlich den Standpunkt, ich lasse Spieler generell nur würfeln, wenn es die Chance gibt, dass das, was sie versuchen, entweder gelingt oder nicht gelingt. Wenn ich im Voraus weiß, auch wenn der Spieler eine 20 würfelt, wird es eh nicht klappen. Lasse ich ihn nicht würfeln. Wenn ich im Voraus weiß, auch wenn der Spieler eine 1 würfelt, klappt es ohnehin, weil er so gut drin ist. Lasse ich den Spieler nicht würfeln. Ja, jetzt ist es aber so, ich kann mal nicht immer aussuchen, ob der Spieler würfeln darf. Zum Beispiel manche Fallen oder manche Zauber zwingen den Spieler ja dazu, einen Rettungswurf zu machen. Und da war es in bisherigen Editionen einfach so, wenn ich meine Weisheit jetzt einfach auf absurd viel hoch skille, dann schaffe ich irgendwann alle Zauberrettung zu erfüllen. Einfach, weil ich so weise bin. Zukünftig wird es sein, egal wie gut du in diesem Attribut bist, du hast eine 5% Chance, das Ganze zu verkacken. Ja. Muss sich zeigen, ob das so bleibt. Da gibt es online jetzt sehr viel Kritik dafür. Ich finde es ehrlich gesagt nicht so schlimm, sondern das ist ja auch der Grund, warum sie das ändern. Viele Tische spielen das ohnehin schon so. 20 heißt funktioniert auf jeden Fall, 1 heißt funktioniert auf keinen Fall. Ja. Und sie ändern die Regeln, dass sie mehr reflektieren, was viele Spieler ohnehin schon machen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin nämlich, was das angeht, so ein bisschen der Weidler, der ich gebürtig bin. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und ich mag Veränderungen nicht so gern. Wenn die Veränderungen aber sehr cool sind, dann kann ich mich da schon drauf einlassen. Ich bin gespannt, wie es wird, wie es mir vom Playding her gefällt, wie es auch dir gefällt. Weil wir jetzt echt die letzten, ja, wie lange sind wir jetzt zusammen? Dreieinhalb Jahre immer die Indie 5e gespielt haben. Und noch nie eine andere Edition überhaupt angerührt haben. Das stimmt nicht. Wir haben doch schon Pathfinder gespielt. Ich rede davon, die Indie. Ja, Pathfinder ist ja quasi die Indie. Ja, nee, fairer Punkt. Ich bin gespannt. Ich warte noch, bis wir selber ausfüllen, bis mehr Playtest-Material rauskommt. Also, weil das ist jetzt schon so. Sie nennen es Playtest-Material, aber nur damit kannst du noch nicht viel anfangen. Man muss noch warten, bis sich jetzt tatsächlich mehr zeigt, damit man dann da sich wirklich eine Meinung bilden kann. Ja. Wenn wir schon dabei sind, wenn wir gerade schon bei einer News-Folge sind, also ich glaube, den One-D&D-Blog schließen wir mal ab, ist aber nicht alles, was angekündigt wurde. Nämlich haben wir erfahren, was zukünftig noch für Bücher kommen für die 5. Edition oder zumindest die wichtigsten Bücher. Da ist der Hype real. Ja. Dieses Jahr auf jeden Fall kommt noch das neue Drachenlanze-Buch. Haben wir ja schon länger vermutet, dass Dragonlance wieder aufgesetzt wird. Wurde vor kurzem irgendwann bestätigt. Ich glaube, ich habe im Podcast schon mal erwähnt. Das neue Buch heißt Dragonlance Shadow of the Dragon Queen. Ich bin hyped. Dragonlance ist cool. Wobei ich sagen muss, wir haben jetzt schon so viele Setting-Bücher. Irgendwann hoffe ich es gut. Wobei ich sagen muss, Dragonlance muss noch sein und ein anderes muss auch noch sein. Ah, nee. Wir kommen gleich dazu. Nämlich die Bücher 2023. Im Frühling kommt Keys from the Golden Vault. Soll so ein Buch werden, ähnlich wie Candle Keep mit vielen kleinen Abenteuern. Nur, dass jedes Abenteuer ein Heist ist. Oh Gott. Aaron, bitte. Und da habe ich vorher schon, ich habe, was ich euch jetzt so im Podcast vor allem erzähle, schon im Discord in so einem kleinen Post zusammengefasst gehabt. Und mir ist kein deutsches Wort für Heist eingefallen. Überfall ist nicht so ganz das richtige Wort. Schaut euch die Rick and Morty Heist-Folge an. Ungefähr das halte ich von Heist und Aaron liebt sie. Also das ist so Ocean's Eleven-Abenteuer. Kann man sich das vorstellen. Du musst irgendwo einbrechen und was stehlen. Einbruchsabenteuer vielleicht. Keiner darf es mitbekommen. So in die Richtung. Done. Also da bin ich, freue ich mich sehr drauf. Heist-Abenteuer gehören zu meinen liebsten Abenteuern. Und ich bin ein Riesenschisser. Ich kriege da immer so Muffensausen. Wir haben auch schon in-game sehr viele Heists abgebrochen, weil wir so Angst hatten, dass uns was passiert. Im Frühling kommt Bigby Presents Glory of the Giants. Das soll ein Buch werden, ähnlich wie Fistband's Treasury of the Dragons. Das heißt ein Buch, das sich komplett um einen bestimmten Kreaturentypen dreht. Und in diesem Fall um die Riesen. Finde ich super. Also ich fand Fistband's war ein super Buch. Und die Giants sind super Gegner. Ich spiele zur Zeit auch mit einer Truppe Storm King's Thunder. Da finde ich das noch umso besser, dass wir mehr Giants-Ideen dazu bekommen. Und was ich auch spannend finde, ist, dass sie einen tollen Typen vorstellen im Buch, nämlich Bigby. Den man von dem bisher nur von seiner Hand kennt. Ja, stimmt nicht so ganz. Bigby hat schon ein paar mehr Sachen geleistet, aber der kriegt bestimmt irgendwann auch nochmal seine eigene Folge. Mehr dazu in der Morgen keine Folge. Im Sommer kommt eine Kampagne, die, glaube ich, bis jetzt nur einen Arbeitstitel hat. Die Fandelver-Campaign. Mega cool. Ich freue mich da so drüber. Wer es nicht weiß, Fandelver ist der Ort, in dem die Einsteiger-Sets spielen. Und ich finde es cool, dass sie da Material machen, für wenn man die Einsteiger-Sets durchgespielt hat, wo man dann mit einem richtigen, großen Abenteuer anfangen kann. Genau. Die Idee soll wohl sein, dass es ein Abenteuerbuch wird, das nach dem Einsteiger- bzw. dem Starter-Set ansetzt. Und das finde ich super. Weil die Starter-Sets, also das Starter-Set und das Einsteiger-Set, zwei unterschiedliche Sets, die man gerne verwechselt, beide super, beide sehr beliebt. Und die Spieler fragen immer, wenn man durch ist, was kommt jetzt? Und ab Sommer nächsten Jahres hat man die Antwort drauf. Es ist natürlich so, man kann auch jetzt schon andere Abenteuer dranhängen. Zum Beispiel Storm King's Thunder kann man direkt aus dem Fandelver-Adventure weiterspielen. Wobei es da so ist, da musst du halt dann das erste Kapitel von Storm King's Thunder ausfallen lassen. Also Sturmkönigsdonner. Jetzt kommen wir zum Herbst 2023. Da kommen zwei Bücher. Das erste wird das Book of Many Things sein. Vom Namen her angelehnt an das Deck of Many Things. Und das wird wohl das nächste Compendiumsbuch, ähnlich zu Xanatas und Tashas, wo alle möglichen neuen Regeln, Subklassen etc. zusammengefasst werden. Finde ich cool. Und es kommt ein Settingbuch, und zwar zu Planescape. Da freuen sich ein paar Leute in unserer Zuhörerschaft gewaltig. Also wir haben schon mehrere Diskussionen auf YouTube und Instagram mit Leuten geführt, die gesagt haben, Planescape war immer super cool. Ich wünschte, wir könnten wieder nach Sigil und so weiter. Sieht so aus, als würde das Ganze passieren. Und zwar nächsten Herbst. Dann gibt es ja auch noch eine Sache, die richtig versemmelt werden kann, Aaron. Was denn? Die Übersetzungen. Wie würdest du denn Keys from the Golden Vault möglichst schlecht übersetzen auf Deutsch? Schlüssel aus dem goldenen Tresor. Ich bin mal gespannt. Sie sollten erst mal die Bücher übersetzen, die noch nicht übersetzt sind. Also Rhyme of the Frostmaiden. Kessel mit allem. Oh, Kessel mit allem. Oh ja. Gut. Wir haben jetzt doch irgendwie ziemlich viel gerambled. Ich weiß nicht, ob euch das so interessiert hat, dass wir mal eine News-Folge gemacht haben. Gebt uns euer Feedback. Schreibt uns da mal in die YouTube-Kommentare oder auf Instagram oder wo auch immer oder auf Discord. Wir freuen uns über Feedback, Rezensionen und ihr wisst, glaube ich, eh, wo ihr uns erreicht, oder? Sollen wir das nochmal sagen? Wir sagen es immer. Ihr könnt uns erreichen über Instagram. Da heißen wir, da könnt ihr uns gerne jederzeit eine DM schreiben. Wir antworten da meistens auch relativ schleunig drauf. Wir haben auch eine E-Mail, dundenglish at gmail.com. Aber wir lesen auch alle unsere Discord-Nachrichten und alle unsere YouTube-Kommentare, auch wenn wir nicht immer zum Antworten kommen, weil inzwischen werden es sehr viele. Aber wir lesen alles. Ja, und wenn ihr euch fragt, wie komme ich denn auf das Discord, es gibt zurzeit zwei Wege. Wir haben noch keinen YouTube-Link eingestellt, weil wir noch keine Lösung gefunden haben bezüglich Bots. Das werden wir sehr oft gefragt. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben unter genannter E-Mail-Adresse oder ihr schaut in unsere Highlights auf Instagram. Da findet ihr auch einen Link. Genau. Und ich wollte noch kurz sagen, ich bin die gesamte nächste Woche nicht erreichbar, weil ich erfahren habe, dass das Ferienlager, in dem ich bin, weder WLAN noch Internet hat. Wir sind in 2022 und ihr seid sieben Tage vom Rest der Welt abgeschnitten, oder was? Absolut, genau. Okay, das habe ich auch hier gerade jetzt erst erfahren. Ja, ich habe anscheinend Telefonnetz, aber sowas wie Internet gibt es da nicht. Okay, ich rufe dich dann abends immer an und lese dir die täglichen Nachrichten vor, damit du mitkriegst, dass es abgeht. Ja. Okay, gut. Das war es eigentlich für heute, oder? Genau. Ich bin die Marie. Und ich war der Aaron. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020